Wie du deine Zielgruppe auf Google Ads genau definieren kannst. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von VideoDuo. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Gründer von VideoDuo und möchte dir jetzt einmal kurz zeigen, wie du für deine eigene Webseite bei Google Ads deine Zielgruppe so definieren kannst, plus eigentlich deine Remarketing-Zielgruppen. Das ist ganz einfach. Ich möchte dir am Anfang erstmal erklären, um was es eigentlich geht. Deine Leute kommen auf deine Webseite, deine Besucher. Und du möchtest sie gerne von dieser Webseite, von der Hauptseite, zu dem Gratis-Beratungsformular führen. Damit du sie dann nochmal anschreiben kannst und hast dadurch diesen Lead gesammelt. Quasi die Adresse, die E-Mail-Adresse und kannst dadurch die Leute wieder ansprechen. Kannst mit denen in Kontakt treten, kannst dein Skype-Telefonat machen, ein ganz normales Telefonat und dann einfach ein Gratis-Gespräch. Ich würde dir immer raten, so persönlich wie möglich. Das Beste wäre halt Skype-Format. Einfach kurz sprechen, machst ein Datum aus per E-Mail, um das Ganze nochmal zu besprechen, damit du weißt, was die genau wollen. Wie das genau geht, kommt in einem anderen späteren Video. Dann, nachdem sie das Ganze hier ausgefüllt haben und haben auf Senden geklickt, schön einfach strukturiert. Ich würde dir auch ganz ehrlich sagen, nimm so wenig wie möglich. Also Termin ist schon, das könnte man auch rausnehmen. Aber einfach, wie heißen diejenigen und die E-Mail-Adresse. Dann hinterher nochmal kurz erklärt, sicher eintragen, also dass sie wissen, okay, das ist hier eine sichere Seite und müssen auf Senden klicken, damit sie auch verstehen, ah, was muss ich hier eigentlich machen. Nachdem sie das hier eingetragen haben, kommen sie hier auf diese Dankes-Seite. Diese Dankes-Seite ist einfach nur dazu da, um das Ganze zu tracken. Das ist quasi die Zielseite von meiner ganzen Webseite. Die Leute kommen von hier nach hier und sollen hier hin. Ganz einfach, das sind diese drei Seiten, die wir brauchen. Wie das Ganze funktioniert, dass ich die Leute tracke, zeige ich dir jetzt. Du gehst auf dein Google AdWords-Account, gehst hier oben auf Tools, gehst auf Conversion. Wir müssen erst einmal bestimmen, wo die Leute hin konvertieren sollen. Ich habe es dir schon mal vorgegeben zur Dankes-Seite. Ich zeige dir nochmal ganz kurz, wie das Ganze geht. Also, ich gehe hier auf das Plus-Zeichen, gehe hier auf die Webseite, gehe hier auf Kategorie wählen. Du kannst hier auch kaufen, alles, wenn du jetzt einen Warenkorb hast oder sonst irgendwas. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich gehe auf Seitenaufruf. Seitenaufruf, jetzt gehe ich hier, beschreibe ich hier kurz. Hochzeitsmovie, Dankes-Seite-Besucht. Ich schreibe es jetzt extra falsch, damit ich nicht mit meiner anderen, weil das werde ich hinterher wieder löschen. Dann gehe ich hier unten auf den Wert, gehe hier auf, muss hier einen Wert eingeben, minimal einen Franken oder einen Euro, je nachdem. Dann bei Zählmethode. Das ist jetzt, wenn ich Käufe habe, zählt er hier anders, als wenn ich jetzt ein Lead habe. Wie das genau funktioniert und wie er das im Hintergrund macht, ist hier nochmal genau beschrieben. Wichtig für dich ist, du möchtest ein Lead generieren, quasi eine Kontaktanfrage. Darum klickst du hier auf Einer. Das Ganze ist für einen Zeitraum von 30 Tagen. Innerhalb von einem Tag zählt er das hier als Conversion zusammen. Auf Erstellen und Fortfahren. Jetzt habe ich hier diesen Tracking-Code, den ich einfügen muss. Gehe hier auf Tracking-Code. Dieser Code, der kommt auf meine GDPR-Cookie-Seite. Und zwar diesen kopiere ich einfach rechte Maustaste. Kopieren. Gehe auf meinen GDPR-Code und kopiere das hier rein. Ich kopiere das einfach darunter. Wichtig ist einfach, dass ich weiß, dass es diese Nummer ist. Diese vergleiche ich jetzt hier nochmal. Das ist die gleiche wie hier. Also, die habe ich schon bereits eingefügt. Die brauche ich auch nur einmal einfügen für meine ganzen Seiten, für mein AdWords-Konto. Muss ich nicht nochmal einfügen. Was ich brauche, ist das hier unten. Diese Seite. Dankes-Seite besucht Conversion. Das muss ich kopieren. Und muss das auf meiner Dankes-Seite tun. Dazu gehe ich einfach jetzt bei mir in den Elementor rein. Und jetzt, ich mache es mal neu, damit man es versteht. Ich gehe hier auf HTML-Code. Ich kann entweder diesen oder diesen. Ich würde einfach diesen hier nehmen. Den hier einfügen. Und kopiere jetzt quasi diesen Code, den ich hier habe. Kopiere ich jetzt hier rein. Gehe auf Speichern. Und jetzt ist dieser Code hinterlegt. Wenn ich mir jetzt die Seite anzeigen lasse, sehe ich diesen Code natürlich nicht. Das ist auch egal. Sondern der Benutzer soll einfach nur getrackt werden, indem er das vorher bestätigt hat, damit ich weiß, ah, das war jetzt quasi jemand, ein Kunde, den ich gerne haben möchte, aus meiner Zielgruppe. Jetzt habe ich das Ganze eingegeben. Gehe hier auf Weiter. Gehe hier auf Fertig. Jetzt habe ich meine Conversion bestimmt. Das war der erste Teil. Ich habe die Conversion eingestellt. Jetzt möchte ich meine Retargeting-Anzeige für meine Zielgruppe einrichten. Dankeschön für deine Zeit. Den Link zu meinem kostenlosen Leitfaden findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, möchte ich dich kurz bitten, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Einfach hier klicken. Dankeschön.